Was genau, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Road to Diamond in einer der längsten Aufnahmesessions, glaube ich, ever in Road to Diamond. Schön, dass ihr immer noch da seid. Und mit dabei ist natürlich wieder Mr. Devil, der Suppenduli, der Holik, der Flex-Deck und meine Wenigkeit. Und wir spielen gerade auf der Map Clubhouse. Natürlich den Spielmodus Bombe. Wir sind Platin 2 für alle Leute, die die Videos bis jetzt noch nicht so komplett mitbekommen haben. Unten in der Videobeschreibung oder auf meinem YouTube-Kanal, wenn ich's vergessen hab, findet ihr eine Playlist. Da könnt ihr euch alle Videos von anfangen bis Ende nochmal, also bis jetzt, nochmal reinziehen. Die Videos sind immer in der Playlist drin. Und was ihr auch nochmal machen könnt, ist, ihr könnt bei den anderen Dudes in die Twitch-Kanäle reingucken. Die findet ihr auch unten in der Videobeschreibung, wenn ich's nicht vergessen hab. Ansonsten einfach mal nach den Namen suchen, so wie sie hier stehen. Twitch.tv slash und dann den Kram beingehen. Was mir gerade einfällt, wir hatten noch gar keinen Sky Reaper. Was hatten wir noch nicht? Sky Scraper. Sky Reaper, Alter. Die neue Map Sky Reaper. Wolfi, dein Englisch wird immer kurioser. Ich bin schon drin, ja? Okay, warte, ich drohne dir mal. Jäger ist, Jäger ist Kitschi gefangen. Der kommt da nicht mehr raus. Okay, warte, 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 warte. Ich drohne dir. Blue ist auf. Der Jäger ist... Ich drohne Blue. Hä? Du bist ja Jäger. Blue ist was auf Länge. Der sitzt hier, ist markiert, ist markiert. Ab ihn. Nice, nice, schön. Geh runter. Ich lass meine Cam mal kurz stehen. Auf Blue ist irgendwas. Irgendwas Garage. Hab einen. Komm runter. Im Tunnel. Warte, ich mach mal die Wand hier auf. Halt du Arm, du Arm. Der kommt Bar, der kommt Bar-Flex hinter dir. Hinter dir, hinter dir, Flex. Hinter mir. Hinter, Blue-Tonnel. Ja, äh... Ach, Mann. Ich bin, äh... On-Spot. Der aimt das Killhole ab, Mann. Das war richtig übel. Moke ist markiert. Der moved. Ich markier ihn dir nochmal. Er ist nochmal markiert. Escape. Ja, Escape. Der hat jetzt drei Leute gekillt. Der wurde aber gecallt von zwei Leuten. Der ist immer noch in dem Raum. Der aimt den... Der aimt Blue ab. Achtung, im Escape steht einer. Ne, der ist immer noch hier. Oh, Mann. Ist markiert. Hab ihn. Hab ihn. Wie gesagt, der Puls ist unterm Bar-Dropper in einem Raum klein und der Rook ist im Escape-Tunnel. So, da bin ich wieder. Shit. Hier, bei mir ist einer beim Defuser direkt. Ja, das müssen wir dafür gelten. Die aimmen mich beide ab. Ja, warte, ich geh hinten runter. Pass auf, beinens der erstes links, äh, ein Hole zu Armory. Der kleine Raum, der kleine Raum ist clear. Der kleine Raum ist clear. Auf dem Blue ist einer. Blue kommt, kleiner Raum, kleiner Raum, Puls. Der ist im Blue drin. Links ist Puls. 20 Sekunden noch, du musst pushen. Ja, der lag da. Immer, immer diese Klimaanlage, ne? Immer einfach mal draufschießen, ist immer wichtig. Ja, ist ein Kall. Das Problem war jetzt, wir hätten Escape-Tunnel-Druck machen müssen. Der stand da hinten, der hat mich auf Schlitz komplett durch ganz Blue, hinten bis an die Leiter hat er mich abämt. Hat der dich auch getötet? Nee. Der hat mich böse gehittet. Sind die Dropper zu? Oh, nee, noch ein wirkliches Wandel. Ja, ein, ich hab zwei zugemacht. Einer fehlt noch. Ich glaub, der auf Blue fehlt noch. Ja, der fehlt. Oh wow, der auf Blue ist nicht zu, Leute. Gar nicht mal so gut, dass der nicht zu ist. Nee. Okay. Sander? Ja. Geh mal in die Barcamp. Ich kann gerade, warte. Hab ich. Sie kennen den Spot, fuck. Äh, ich glaub, Escape ist was. Äh, Ash und Montani ist so bar. Escape ist was, safe. Nein, Escape kann ich sein. Ach, du bist das, du bist das. Ja, okay. Sorry, ich hab nur die Steps gehört, dich nicht gesehen. Äh, Montani geht oben. Bedroom, Hallway. Dropper geht auf Kitchen. Escape ging auf. Da hab ich ne Camp sonst flex. Kommt da was Main? An den Stairs? Okay, äh, Blue Dropper ist auf. Blue Dropper ist auf. Und neben, hier, der Dropper ist auch auf Thunder, neben dir. Pass auf, hier in den kleinen Zwischenraum. Ich bin auf 16 AP. Alter, normalerweise hätte der Montani gar keine Chance gehabt. Ich hab den voll zugesmogt. Ich bin hoch. Ich verstehe gar nicht, was mit dem Montani jetzt los war. Ich hab dem zwei Snom Oaks reingedrückt. Die ist offen, Main Door. Main Door, so. Da ist noch ne zweite Person. Ash, Montani ist durch. Montani kommt zu euch, Hollik. Okay. Xander, Montani kommt hier. Äh, noch einer auf dem Gang. Flex, wir brauchen eine Hilfe hier. Montani ist hier im Nebenraum. Der ist close bei mir. Lenkt den mal ein bisschen ab. Vielleicht kann ich ihm helfen, wenn er reinkuscht. Da kommt noch was Thunder, pass auf. Ash ist da jetzt auf. Ash ist da jetzt auf. Ja, ich hab die. Mein Gott, ey. Die Ash ist low auf 25 AP. Ash ist injured. Ja. Lass die liegen, lass die liegen, lass die liegen. Ja. Ich hab ne Cam. Ash ist down. Montani, einer gedroppt. Hibana. Hibana. Die werden hier pushen jetzt. Ja, Hibana kommt. Montani down. Nice. Gut gemacht. Wuhu. Boah. Boah. Alter, ey. Ohne Scheiß, ne? Dieses Spiel. Dieses Spiel. Ich liebe es einfach zu sehr. Aber es war halt so gut, ne? Ich spraile die Montani weg und dann stand die Hibana da offen und dann ging es ab, ey. Sind in der Bar. Jo, safe. Der Castle. Die haben einen Castle. Ja, okay. Wenn sie die Haupttüren tasseln, das wäre sogar ganz easy, dann könnten wir Strip schnell einnehmen. Die Bandit-Ladung am Pooltisch werde ich ganz schnell kaputt machen mit Ash. Okay, ich werde über den Dachdropper Jim reingehen und gucken. Haben die den Dropper reinforced? Nein, bis jetzt nicht. Ja, aber dann gehe ich hoch und gucke, vielleicht kann ich den einfach aufhämmern. Ganz wie ein Spieljahr da oben halten. Bis jetzt sah es nicht so aus, ob wir mit Strip spielen. Ich bin falsch gespawnt. Fenster geht auf. Irgendeiner pushläuft von hinten raus. Dings ist kein Bennett mehr. Einer wird Strip sein. Alle Camps down. Alter, schon 30 Sekunden verloren, nur weil ich falsch gespawnt bin. Der RIP ist soweit wie hier. Der Hallway auch. Soll ich runterkommen? Warte, warte, warte. Okay, doch nicht. Der Leer-Dropper ist offen. Perchroom ist einer. Wo? Perchroom. Zum du und ich bin da. Oh, da war einer. Ich Idiot. Wir brauchen jetzt hier den Montagne hier bei uns. Geht auf. Hier stand einer close an der Wall. Der Billard oben ist free. Da hinten, wo ich jetzt gemacht habe, war einer. Okay, plant it, plant it. Montagne steht, Montagne steht. Halte dich, Kollege. Alter, du musst ein Stück weiter rein. Ja, okay. Nicht so weit, nicht so weit. Nice. Bleib da, bleib da. Bleib einfach da stehen. Kommt hier, Jäger. Kommt, der läuft hoch, der läuft hoch. Kommt, wieder. Nice. Ganz gut gemacht. Zielstrebig. Das war gut. Zielstrebig. Die war gut, die Taktik, ja. Das Beste war, ich habe einfach mal so eine random Nate nicht mal angekocht, einfach runtergedroppt und habe damit eingetürtet. Guckt euch das an, ey. Das ist ein Meisterwerk. Ach. Guckt euch an, wie schön ich das... Ja, ne, 17 Schuss noch. Was? Dann schießest ihr noch ein paar Kopflöcher. Damit eure Bieren da durchpassen. Achtung, hier wird geschossen. Achtung. Reload. Nice. Montagne steht hier bei mir noch. Hier wird gedrohnt. Äh, Strip wird gedrohnt. Bei mir ist Montagne und noch irgendwas. Strip wurde gedrohnt. Die kommen Strip rein. Drei Leute habe ich bei mir, ne? Montagne ist hier. Ich sag doch, die wollen auf dem Outside-Blend für Zwinger gehen. Ich weiß aber nicht, wo der andere ist. Das ist das Problem. Nice, Flex. Nice. Ist der Diffuser da mit down? Oh, da ist noch einer Outside-Kitchen. Bei der Kitchen ungefähr. Hast du den? Der Diffuser ist ein Flex. Der ist hier. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich habe seine Waffe gesehen. Er stirbt nicht. Er ist immer noch hier. Der muss low sein. Diffuse. Links von dir, Double. Ja, schweiß. Mit dem Strip. Da müssen wir noch aufpassen. Hat einer die Strip-Cam? Das ist nur noch einer. Das ist doch nur noch einer. Achso. Und ich habe den Diffuser bei mir. Wo ist der Fuse? Da, wo der Marc ist. Gerade der gelbe. Welcher? Ja. Der stirbt nicht. Holding back! Warte mal. Hau mich mal hoch. Hau mich mal hoch. Warte. Nachlagen. Was? Ne, nicht greedy werden jetzt. Komm, scheiß drauf. Halb Leben hat er noch. Egal, lass den einfach kommen. Ich habe noch drei Smokes. Nice in position. Jetzt sehe ich halt nichts mehr. Ja, egal. Bleib einfach in der Ecke. Der kann nichts machen. Wir sind zu dritt auf einen. Wir müssen jetzt einfach auf Zeit spielen. Lass uns einfach in den Runde gehen. Oh, der ist Richtung Kitchen gelaufen. Der ist Richtung Kitchen. Schön. Lass uns einfach safe spielen. Ich wollte auch schon rausrennen. Schön gemacht. So, diesmal werden sie wahrscheinlich wieder bar machen. Diesmal machen wir die gleiche Taktik, nur auf VT. So gesehen. Auf Outside Swinger? Ja. Dass wir alle da sind. Swinger? Okay, irgendeiner hat einen Hit gefressen von dem. Ja, ich war das. Twitch Drohner. Bis jetzt ist keiner Slip Club. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Camp vorne, Südendau. Okay, die haben hier zugecastelt. Bei mir direkt ist einer Klaus. Bei mir ist er auch zugecastelt. Zander, du hast den Befusor, ne? Ja, bei mir ist einer. Bei mir ist Jäger gewesen an der Door. Der war an der Door. Ich move rüber jetzt. Oder Bandit war das, glaube ich. Jäger oder Bandit, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mach auf, Klaus. Lass knacken. Bei mir ist noch Klaus. Warte, ich komme rüber, Leute. Gib mir einen Moment. Oh, Oleg, Oleg, das war das, aber... Nichts passiert, nichts passiert. Ich komme jetzt, ich komme jetzt. Ich bin jetzt rechter. Geh mir jetzt hoffen. Schön, super, nice. Warte, 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 warte. Bandit war egal. Okay, wenn es safe ist, geh rein. Okay. Okay, okay, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter links. Nicht so weit, nicht so weit. Okay. Ein bisschen weiter links, 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 links. Bleibt einfach da stehen, einfach da stehen bleiben. Blacks, hast du die Küchentür hinter mir? Hab in den Kitschentür. Halb Rook von hinten. Hilfe, Jungs. Oh, da kommt einer. Ich habe den Low geschossen, ich konnte nicht mehr machen. Hab ihn. Hab beide. Wo war der Letzte? Der andere war CCTV, oben. Meine Clamor ist down, ne? Da ist er. Olli. Ne, wer war das, der gerade im letzten Moment abgeaimt hat? Wer war das? Ich bin weggeblucht im letzten Moment, wo er kam. Der ist die ganze Zeit auf seinem Kopf drauf und dann in dem Moment, wo er kommt, aimst du ab und legst dich hin. GG. Okay, Leute. Damit haben wir das nächste Match gewonnen. Ich bin jetzt mal gespannt, was die für ein Rang sind. Und wie viele Punkte wir bekommen. Hey, ich bin mal MVP. Yay. Sehr schön. War eine spannende Runde. Äh, okay, ja. Auf gleichem Niveau, mehr oder weniger. Wir haben dann also gleich im Level gespielt. Ähm, wir bekommen 102 Punkte. Nice. Okay, also, wenn wir die nächste Runde gewinnen, sollten wir Platin 3 sein. Hoffentlich. Ähm, deswegen einschalten. Morgen 18 Uhr geht's weiter. Checkt die anderen Kanäle, wie gesagt, aus. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wie immer ist eure Entscheidung, Leute. Ich würde mich aber mega darüber freuen. Ist ein super krasses Support. Lasst gerne ein Abo da. Und damit würde ich es sagen, bis morgen, 18 Uhr. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.